Volle Kanne drauf, volle Kanne drauf Everybody do the flop, bams, flop, flaps, flop Alright, 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 und Leute, es ist wieder so weit Wir spielen Destiny, mein Name ist Stan Wir sind in der zweiten Folge Komischerweise laufen wir jetzt in Third Person rum Anstatt First Person Wahrscheinlich nur, weil wir hier in der Hubtown sind Oh, hier gibt es viel zu entdecken, viel zu entdecken Future War Cult Tower Hanger, Travelers Walk Outfitter Hey, wie shit Ach, du bist eine Map, ich dachte, die Map kann ich jederzeit aufrufen Das ist uncool Okay, da ist ein Postmaster Oh, scheiße, kann ich hochspringen Approach, was hast du denn? Deliveries und Messages sind left mit Postmasters zu collect bei Guardians Travels bring them home Thank you for helping us test Destiny This is our beta test To make sure everything holds up on the heavy load We couldn't do it without you Awesome Die mögen mich Ha, ich bin deren Freund Bye Bye, bye So, was haben wir noch so? Dann gehen wir mal direkt weiter Unser Missionspunkt führt uns direkt da vorne hin Ja klar Was hast du so? What you buying? What you selling? Glimmer The currency of the city Programmable meta Use as a source of power Okay Vanguard marks Can be used to purchase legendary weapons and armor in the tower Okay Reputation 0, 0 Sehr viel zu entdecken bei dem Spiel Wait Watermaster Ah, du hast bestimmt das gute Zeug Mal gucken, was er hat Shit, ist das teuer Material Können anscheinend Material Verwenden und wenigstens was hier Ich komme bestimmt nochmal vorbei in der Vollversion Aber es sehr gefällt mir, was ich von dem Spiel sehe Also sehr coole Atmosphäre Grafik sowieso hübsch Könnte ein bisschen Anti-Aliasing vertragen Vielleicht ändert sich das noch zur Vollversion Ich bezweifle es Revive that ghost War der dead? Nö, alles cool Ich habe eine Karte freigeschaltet, weil ich diesen Ghost da gerettet habe Diese Karte kann man sich bei bungee.net, glaube ich, angucken So viel weiß ich Hier ist eine Kugel Hier ist nix Hier ist nix Weiter geht's Hunter Vanguard Warlock Vanguard Gott, wie viel gibt's von euch Ah, okay, das ist für die unterschiedlichen Klassen, ne? Ich weiß nicht, ob ich meinen Beta-Charakter fortsetze, wenn ich... So Oh, leave me alone Welcome Guardian Welcome to the fight Titan-filled issue Provision for newborn Guardian A set of Titanplate Und so weiter Nehme ich doch gerne an Ah, okay, hier können wir einkaufen Sehr schön Ich brauche Level 4 666-888 Vanguard 3 Vanguard 1 Stock Refresh in 2 Stunden Also hat er auch ein Also hat er auch ein endliches Angebot Also wir können nicht einfach alles kaufen, was wir wollen Und dann Und hier haben wir auch Oh, da brauche ich Level 13, schade Hat sich jetzt farblich was geändert? Oh, minimal Naja, ein bisschen bessere Werte Wir haben jetzt 64 Verteidigung Ein bisschen besseren Farbanstrich Titan Tower Gunsmith can equip you with better weapons Sehr schön Nehme ich... Ich nehme mich gerne an Man kann doch nie Nein zu besseren Waffen sagen, oder? Dieser Mond, der gefällt mir Ich habe schon in der ersten Folge gesagt So riesige Sachen, die... Darauf stehe ich einfach... Ach, das hört sich so falsch an Auch das zweite Mal, wenn ich das sage Arm yourself Choose your weapon Oh Oh Pulse Rivals Scout Rivals Handcannon Oh, schwierige Wahl Kann ich nicht alle haben? Fine Short Sharp Swiss Psy Umbro Okay Semi-Automatic This is the maximum design Bullet for Precision Precision Ja, nehme ich den Scout oder... Ah, ich nehme lieber die Maschinengewehr So, ausrüsten Mache ich Ich komme wieder Dann gibt es Batzehanks So, drei Schaden mehr Ich hoffe, das hat ein repariertes Visier Report to the ship Right to check on your ship Die läuft ein bisschen komisch Als ob die in die Hosen gekackt hat Oder? Finde ich das nur Läuft ein bisschen breit Nicht wie eine Frau Tower Hänger Ja, die Stadt sieht ein bisschen Schlecht texturiert aus Also die Texturen sind nicht so schön scharf Nicht so viel Details Aber Trotzdem ist die Ausricht sehr, sehr cool gemacht Finde ich So Wie, ich habe meinen Schratzer in meine Firefly gemacht Hey, du siehst ja genauso aus wie ich Wie kommt's, Schwester? Take this for your journeys beyond So is by the car The ship is a ship Jump ship is in much better shape Ja Thanks Oh, guck mal, was wir hier noch alles an Schiffen haben können So, hier können wir ein bisschen vergleichen Oh, die Die will ich haben Die haben sogar ein Loot-Level, die Schiffe Äh, also, ne Von wegen selten, nicht selten Unique Gefällt mir Das gefällt mir Sowas jetzt Hey, hey, Titan Hey, hey, was geht ab? Yo, yo, yo What's up? Ah, ich habe ein paar Kollegen Immer aus meiner Friendly-Sie Das gerade zocken Sanji naik Wer ist das überhaupt? Die sind zwar in meiner Friendly-Sie Aber kennen tue ich die wenig Vielleicht habe ich mit denen mal Ein paar Achievements Go to orbit We are finished in the tower Press and hold to Go to orbit Oh, das muss man aber länger gedrückt halten So, mal schauen, was wir machen können Machen wir eine weitere Single-Player-Mission Oder gehen wir direkt in den Multiplayer Ich würde sagen, wir machen erstmal noch eine Single-Player-Mission Dann probieren wir das Kernstück dieses Spiels aus Das ist nämlich der Multiplayer-Modus Leider In meinen Augen leider Hey, ich dachte, das kann kein Orbit fliegen Set Destination Invoke Navigator Choose your next Oh, Tower The Last City Ist das etwa in der Luft? Old Russia Earth Oh, we're the white Restoration Level 2 Story Fireteam 1 bis 3 Cooperative Return to Fallen Territory Okay Normal Hard Haha St. Mark is hard Ihr wisst Ihr wisst es Mission modifier Ich benutze es ja, um meinen Twitch zu streamen Einen einzigen Zuschauer habe ich Famous Äh Aber die Spieler werden mich natürlich auch hören Ob die mich mögen, wenn ich Deutsch spreche Es ist so wenig left out here Wir waren glücklich, dass wir dieses Schiff finden Ein Guardian kann nicht viel tun, um die Stadt zu schützen Mit dieser Aber es braucht eine Warp-Drive, wenn wir immer hoffen, um die Welt zu kämpfen Und dieser Kosmodrome ist der einzige Ort, wo ich weiß, wo wir noch einen finden können Wir überleben die Fallen Wir können es wieder machen Aber ich sollte mehr XP-Käuer kriegen, dafür dass ich das auf Hard spiele Los geht's Lass uns unsere neue Waffen testen Unsere neue Rüstung Was ist aus Oh, die Waffe sieht cool aus Press Okay to see your objective Hey, buddy This is deep Unable to summon Cannot summon in this location Schade So, da muss ich hin Das Spiel gaukelt schon einfach, als ob das Open World wäre Ich rieche Bullshit Ich glaube, das ist kein Open World Hey, what's up Was? Ist das Insta-Kill gewesen bisher? Okay So, so viel zu hart Drei Gegner weggeputzt Das hätte ich noch sowas von bereuen, wenn gleich sechs Gegner auf einmal einkommen oder so Also diese blauen Waffen erinnern in diesem Nadelgeschoss Der blau Ghost Hier Oh, ich muss das bestimmt verteidigen Ich wette fünf Cent drauf Ihr könnt richtig reich werden, wenn ich das jetzt Ich verstehe kein Wort Jop, was auch immer Ich hab irgendwas gehört Jop, dann komm mal mit So Ihr habt fünf Cent gewonnen Wir mussten doch nichts verteidigen So ein Jammerwurf Mein ganzes YouTube-Vermögen Was ich bisher angesammelt habe Sputsch Kapatt 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 Fistet 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 Fistet, Mann So Fistet Duke Mark 10 Ich hab was freigeschaltet Neue Info at Bungie.net Soll ich jetzt noch kämpfen? Da kommt wahrscheinlich noch mehr an, ne? Aber wenn diese Dropships nicht an Halo erändern Dann weiß ich auch nicht Die sehen ja fast genauso aus Geh mal weg Geh mal weg Wow Wow, 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 wow Das ist gar nicht mal so schwer, hat Stan gesagt Stan Mark is hard, hat er gesagt Mit Low Health, da wird er erst richtig warm Oh, das hab ich doch gut gemeistert, oder? So, wo muss ich hin Da muss ich hin Oh, hier hab ich doch grad sauber gemacht Schießgranate Bams So, bisschen safe Eine sichere Nummer Geh mal weg mit deinen Schüsschen hier Okay, okay Ich glaub, die meisten hab ich Ich glaub, die meisten hab ich Einen hab ich noch Mann, bist du dürr Don't forget Leck day Okay, wie viel komm hier noch? Ich geh jetzt weiter Ist mir wurscht Licht Licht Es werde Licht Ghost Ich brauch Licht, du Sack Mann Nie macht er das, was man ihm sagt Blöder Ghost Bam, 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 bam Bam, bam, bam Hättest du wohl gerne Was ist das? Das ist ein Item Ich dachte, das wäre eine Granate Wir haben eine neue Schluckflinte gefunden Das macht ihn horny Das macht den Ghost horny Wenn er eine Area Map sieht So, ich wette meine weitere 5 Cent Dass wir jetzt was verteidigen müssen Ja, schieß mal ein bisschen Laser Our only hope is where we found our ship We have to go back Mist, ich hab schon wieder 5 Cent verloren Das macht jetzt insgesamt 10 Cent Das sind 3 Monate das Spannendste Die ich durch YouTube vertient habe Mann Ja, das bin ich Big deal Big deal So, lass uns raus Don't do dogfrag 13 insecure Was? Dahin muss ich Und dahin gehe ich Da, wo mich der Was ist das? Oh, die Atmosphäre ist schon cool hier Da sind ein paar Scouts Ein Gelber Pöp, Granate Yeah, ich hab Geld verdient Wo kommt die überhaupt her? Als ich gerade die Gegend erkundet habe, warte ich hier nicht Fistet Schulfrinte Nix Nix da Go Bam So Everything clear Es wird heller Es wird Tag Es wird Tag Das finde ich cool Also mir gefällt das Spiel zur Zeit richtig gut Wer Borderlands mag Wer Halo mag Ist das echt eine saugeile Kombi Ob die Story was reißen wird, weiß ich nicht Bisher ist die recht interessant Collect Loot Gatewatch Und ein bisschen Geld habe ich So war das Ausrüsten So, mal gucken Ja, wir können ausrüsten Auch das hat nur minimalen Farbanstrich verleihen Mark of the Risen Leg Amor Haben wir nix, 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 nix Generalist Shell Da ist unser Schiff Da können wir noch Shaders freischalten Vehikel Ich hab doch ne Pistole freigeschaltet, oder? Ach, da ist sie Brauch ich Level 3 Scanning für den Warp Drive Warum sollte ich ne Pistole gegen den fucking Falz Rifle Was du alles weißt Kleiner Ghost Ich nenn dich kleiner Geist Geist erinnert mich an Game of Thrones Respawning Restricted Was? Warum? Was macht diese Area so besonders im Vergleich zu der alten? Und ich kann nicht mal Ich kann nicht mal Freunde dazuholen Und die sind Level 5 Das wird awesome Das wird awesome Wie ich das 10 mal wiederhole Oder 10 mal abkacke gleich Bams Granate Play it safe Play it safe Das Leben belohnt immer die Die geduldig sind Das war nicht geduldig Das war gefährlich Aufladen Aufladen Die schmeißen auch mit Granaten Okay, das ist böse Granaten Die explodieren zweimal Die KI ist überdurchschnittlich gut Jetzt nicht Sau Ah Da ist unser Boss Defizit Arkion Ob ich zwei Treffer von dem aushalten kann Das wird heavy Erstmal das kleine Zeug Gefährlich Geh, gefährlich Die waren geblendet Oh, ich hab bisher nicht wirklich viel Schaden gegen den gemacht Shit Ich darf hier nicht verrecken Lasst uns auf hart spielen Ja, das werde ich noch richtig bereuen Aber Fühlt ihr das, wie das spannend das wird Wenn man weiß, dass es schwer ist Wenn man weiß, dass man Nicht Wegen jedem Scheiß verrecken kann So, ich hab Munition Sehr schön Nope Guck mal, wie er sich immer versteckt Das find Das Das muss man der KI hier loben Selbst ein Boss Der rennt nicht einfach auf uns zu Jetzt vielleicht, aber Headshot, Headshot, Headshot Oder kommen mehr Die sind respawned Verdammt Nope Noch mehr Gefährlich, gefährlich Komm, einer weg Zwei weg Ich spieß Granate Yes Jetzt aber Jetzt aber Volle Kanne drauf Volle Kanne drauf Everybody do the flop Bams Flop Flaps Flop Geh mal weg Ich brauch Munition Ich hab keine mehr Ich hab nur noch meine Schroppschinte Und die brauch ich gegen diesen einen hier Geh weg, geh weg Wo ist der eine? Ich weiß, dass du hier bist So, ich hab endlich Nein Nein Waiting to revive Ich hoffe, dass du bereit bist Ich hoffe, dass du bereit bist Knapp Knapp Vom Vorrecken Und da ist es Holy shit Mission ends in 30 Sekunden War es so schnell Muss ich jetzt Money, money, money Get me to the speaker I'm the shit Holy fuck So, hab ich auch nichts verpasst Ich hab, glaub ich, gutes Zeug gesammelt Ich hab gar nicht mal wirklich gesehen Was ich eingesammelt habe Nope Nope, nope Sehr schön Haben wir Increased height Okay Rewards Ein Helm Für die Mission Awesome Das war's aber auch schon Für die zweite Mission Von Destiny Ich hoffe, es hat euch gefallen Gebt mir einen Daumen hoch Wenn es euch gefallen hat Abonniert mich Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt Und hier kommt die Flosse Flop Danke schön, dass ihr reinschaltet Vielleicht guckt ihr auch bei Headshot 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 Dafür sollte es ein Achievement geben Verdammt